yo leute was geht herzlich willkommen zu einem naja kein let's play aber das ist jetzt mal so ein einfach mal so das verfahren clip jetzt mal so ich hab's jetzt mal mit der hohen auflösung ganz hohen auflösung gespielt und es läuft einfach perfekt ja also ich weiß jetzt auch nicht wenn ich jetzt fraps benutze dann legt die kacke auch nur und keine ahnung habt die ganze zeit unter jetzt machen totalen bullshit einfach den jump in die mitte wo nix ist und ja schlecht ist mit der ball im fernenkampf bin ich nicht so gut da hat er sich auch selbst getötet und da wurde ich wieder weg gesnackt und ja bei fraps hatte ich immer unter 30 fps da musste ich halt noch mal gucken das mit fraps wirklich funktioniert zurzeit nämlich das gerade mit der ati oder hmb kann man das so sein ich weiß jetzt gerade gar nicht das ist schon bei der grafikkarte das programm dabei und irgendwie damit komme ich also nimmt er die qualität auch gut an aber wenn es legt so irgendwie keine ahnung ich habe jetzt gerade wieder versucht eine bearbeitung zu machen da ist der ton wieder asynchron also hat sich ganz verschoben irgendwie das passt nicht ganz genau zu dem was jetzt normalerweise sein soll wie bei den letzten anderen videos das hat das hat so geleckt ich weiß nicht warum aber ich bin immer noch dran am gucken wie ich das am besten behebe und ja da das ist jetzt kein spiel also da wo ich jetzt rede ich rede jetzt einfach mal so ne und wenn man halt wenn man halt nicht redet dann hat man ein bisschen bessere Konzentration aber ist ja egal ich rede ja gerne und Prozent 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 was bin noch ein mir ist irgendwas noch eingefallen aber das liegt mir gerade nicht auf der Zunge um ja auf jeden Fall ich wollte das kann ja genau die Kampagne und sowas ne die muss ich auch noch nachholen also wir sind jetzt gerade bei der ersten und zweiten glaube ich ja das ist ein bisschen schwierig halt das zu cutten ne weil ich jetzt mit Lex halt aufgenommen habe das ist jetzt halt ein bisschen gegeben und den habe ich leider nicht gegeben und ja den muss ich noch schneiden ja genau mit dem Aufnahmenprogramm was ich jetzt gerade aufnehmen heißt also nicht da übersteuert mein Mikrofon wenn ich immer die Aufnahme starte sprich die also das Mikrofon direkt auf 100 obwohl ich das also auf 100 rauscht oder nicht rauscht sondern kommen so komische Töne dann wenn ich die ganze Zeit rede und das möchte ich ja nicht und das ist ja genauso also ich meine dann ist das Gameplay halt flüssig wie jetzt ich weiß jetzt also bei mir sieht das jetzt flüssig aus ja mal sehen wie wie das mit YouTube dann wird wieder das übernimmt und ja das möchte ich ja nicht das über das Mikrofon hier verrückt wird und ja ich weiß ja ich weiß jetzt auch nicht ganz genau aber so ab und zu so zwischen so Gameplays die ich jetzt mache werden auch kommen ab und zu also ich werde ja auch jetzt so passiv halt auch so nebenbei das zocken und ob ich das aufnehmen ist halt so die Sache ne also ich hab echt halt oft die Lust aufzunehmen aber das mit dieser Aufnahmeprogramm ist halt leider nicht so super also ich muss da noch die Probleme weben und eigentlich müsste das schon längst behoben sein aber ich möchte das sehr schnell hochladen was soll man machen und was zu Minecraft ist ich setze das später nochmal fort weil ich noch mit der Facecam ein bisschen in der Bearbeitung bin zur Zeit bin ich gerade am Rätseln wie man die Facecam verkleinert aber das sollte ja eigentlich gar kein großes Problem werden also zu einem großen Problem werden ja und ich hoffe ich kann so schnell wie möglich halt Minecraft fortsetzen also mit der einen Folge würde ich gerne schon mit Facecam also da ich das schon mit Facecam aufgenommen habe werde ich das auch einstellen aber nach dieser Facecam Folge die werde ich dann also dann werde ich das ohne Facecam weitermachen ich weiß jetzt nicht ob ihr mit Facecam also ne also mit Facecam hätte ich auch Lust ist aber Geschmackssache ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja guckt die nächste Folge ja also hier bei der nächsten Gameplay Folge haut rein ciao ach ja und genießt das äh Gameplay solang ciao ja ja Untertitelung des ZDF, 2020